Ja, wie wunderbar! Und damit willkommen zurück zu Jenga 3! Ist ja super! Ähm, wir hatten zwei, drei Tage... Zwei waren's, ne? Päuschen! Ich bin auch schon halb nackt! Shut up! You're making me hotter! Ja, wir hatten zwei, drei Tage Pause, weil... Nein, hab ich ja eigentlich im Video erzählt und auf Facebook etc. Wer's immer noch nicht mitbekommen hat, also der ist echt blind oder taub. Ich bin jetzt ja auf die US-Version umgestiegen, ist ja eh alles Englisch einfach... Weil ich die Disc kamen wollte und die Collector's Edition, naja, und ich musste es nochmal bis hierhin durchspielen. Hab' ein bisschen mehr Kisten gefunden und Sachen und hab' deswegen jetzt ein besseres Schwert und sexy Klamotten. Ähm, von Kane aus Nier und... Tolle Musik und etc. Und viel zum Switchen, das werden wir alles noch sehen, aber... Im Moment sind wir ja eigentlich auf dem Weg zu... Two! Und wir haben Disciples, Sandy und... Ja... Ab geht's in der Hölle, ist doch schön, ne? Oh, ich hasse Wüste, da würd' ich auch totschwitzen. Ah, ich dreh ja schon mit... Was war das denn jetzt gerade? Hm, Sun Dammit? Äh, äh... Ach du Scheiße! Anders gesagt, wenn ich in der Sonne bin... Bin ich ziemlich am Arsch, weil's irgendwie magisch ist und ich muss in den Schatten... Ach, Scheiße! Ach, Scheiße! Ich hab' nichts sagen, oder? Was denk' ihr denn vor mir? Hallo Löwek, jetzt... ... es kann so ein Wälder kurz zu verben. Schau' eine kleine B***, ha? Fglass. Wieso, bin ich doof oder treffe ich nicht? Ich habe das jetzt auch erst so, das Schwert zum ersten Mal, weil ich das gerade erst bekommen habe durch einen Nebenquist, aber eigentlich war der Schaden ziemlich viel besser als das meines anderen Schwertes. Das ist sehr strange. Naja, jedenfalls super, jetzt werden wir auch noch von der Sonne weggehetzt. Was könnte es sonst noch geben, schönes, bist du jetzt tot und doofes Wuffi? Schön. Ich hasse ohne Gesundheit. Kater, ach man, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Sonne. Halt die Knie, aber du perverser, ich bin nicht doof, ich suche Kisten. Kisten, hallo Wuffis, ich hasse Wuffis. Ich glaube, das Schwert ist zwar schön stark, aber es ist ein Lord-Schwert und dadurch braucht das ziemlich lange zum Angreifen. Ich glaube, da ist das Problem hierbei gerade, was mich sonst nicht stört. Obwohl es, glaube ich, 50 oder so mehr hatte. Ich habe mein ganzes Geld in dieses dumme Schwert investiert. Sag mir mal, wo ich lang muss. Da lang, okay. Boah, ich hasse Wuffis. Ich meine, gefällt euch das auch? Ich finde es cool, ein bisschen, ja, das ist zu mäßig, aber hat was. Vor allem ist das Problem, wenn ich es nicht groß in der Sonne lobenlein darf. Wie finde ich denn dann Kisten? Stay in the shade to recover your strength. Ich kann nicht nur im Schatten gehen. Kann ich doch nichts mehr. Wo ist denn eine Kiste? Kiste. Ich hätte jetzt gerne Kisten. Also, wie Viecher sind eigentlich die Pain-In-The-Ass? Muss ich sagen. Richtig ist Pain-In-The-Ass. Komm her, du Blödviech. Komm, Wuffi, komm. Ja, komm, lass uns spielen. Was? Wieso tot? Achso. Oh Gott, ich habe diesen Fall hier nicht. Ich würde sowas von abkacken, weil ich... So keine... Ey, das sieht doch alles gleich aus. Kann ich davon... Stay in the shade to recover your strength. Wo ist das? Ich recouvert nicht mehr. Ja, da komme ich gar nicht hoch. Guck mal, der ist genauso blödlich. Hä, aber was ist denn das da? Ah, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ui, guck mal, Party. Ich habe jetzt sicher Kisten übersehen, aber ist mir egal. Wer macht denn sowas? Bin die mich einfach mit der Sonne um, ist ja toll. Hatte ich nicht letztens irgendwie so einen Weltuntergangs-Traum mit Sonne und alles zerstört und zu heilt? Ich glaube, ich spiele zu viel. Und was dann auch noch dringend hat, vorhersehen. Irgendwann, das wäre so cool, finde ich. Oh Mist, Kerle! Mach ich das schon? Harsch! Dachtest du wohl, wa? Fühlt sich doch schon viel besser an, meint er nicht auch? Das ist erstmal meins. Keine Kiste in Sicht. Na juta nisch. Oh, ich kann wieder laufen. Kann ich denn jetzt... Ach, hier kann ich nicht, weil ja, natürlich, da kein Durchlauf ist tödlich. Ach, nö, komm. Ich auch. Tröste dich. Alleine sind so fies, ich hasse Hunde. Das mache ich doch nicht. Lübi, sei nicht so gemein zu mir. Das Problem ist, hier ist... So genau wollte ich das jetzt eigentlich nicht wissen, aber okay. Doch! Ich bin der König der Welt! Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hilfe! Leute, ich glaube, ich glaube falsch. Leute, hier ist kein Schatten. Leute, hier ist kein Schatten. Ich sterbe. Hi, Wuf, ja. Geht weg, Wufi. Ich brauche Schatten. Ich brauche ein bisschen mehr Schatten. Doch, ich habe es können. Ich hasse Hunde. Ich hasse Hunde. Was hat sie jetzt gebracht? Komm her, du blöder Blöder. Komm. So genau wollte ich jetzt auch nicht. Ich hasse diese Viecher, die so kacke tot zu kriegen. Wie ein Schwert ist es. Es ist viel zu langsam. Von wegen, ja, eine Damage zählt. Nein, es ist zu langsam. Das dauert mir zu langsam. Todes, dummes Wufi. Ich hasse Hunde. Achso, äh, scheiße. Da ist Schatten, da ist Schatten. Stay in the Shade to recover your strength. Hab ich schon mal gesagt, dass ich deinen Pipimann gern abschneiden möchte? Nein, dann habe ich es jetzt gesagt. Kiste. Geh weg. Nein, da ist eine Kiste. Ich brauche erstmal die Kiste, sonst vergesse ich die doch wieder. So. Ja, jetzt. Manchmal möchte ich sie einfach nur abschlachten. Ja. Ach, der ist noch gar nicht. Er ist ja noch gar nicht tot gewesen. Okay, jetzt fahren wir. Da ist er. Ist da noch was? Nein. Ich gehe erstmal da hinten in das. Leuchtet, da muss es Dings geben. Moment, Pause. Da kann ich nicht rein! Ah! Seid ihr denn irre? Hilfe. Hu, hu, hu. Brauche Energie. Brauche Energie. Geh weg, Kulter. Ah, ich brauche Energie. Wuffi. Wuffi. Mag kein Wuffi haben. Ich glaube, der macht das, um mich zu ärgern, oder? Ich glaube, er will es wirklich darauf ankommen lassen, dass ich ihn seinen Pipi-Mann abschneide. So heile mich mal kurz, Schatten. Sonst bin ich gleich weg. Danke, Stöhne. Ey, Aschis! Was soll das? Hört auf, die Sonne anzubeten. Habe ich euch nie erlaubt. Ihr Star Wars-Streaks oder was auch immer ihr seid. Ihr wolltest doch nicht mehr. Ich glaube, ich will meine andere Waffe wieder, aber... Das ist kein... Das ist nicht so ein gutes... Nein! Ja. Keinem so gutes Schwert, also vom Angriff. Deswegen war das Eternal Royce auf Level 4. Das hatte, glaube ich, 130 oder so und das hat 180, wenn ich mir nicht irre, aber... Ja, ihr seht ja irgendwie... Mache ich was falsch? Abgesehen davon, dass ich ein sexy Halbhülchen an habe. Das Spiel ist ab 18, ich darf das. Und ich finde das Outfit süß. Na ja, na ja, wie genau, oder? Es hat doch was. Oh, hier liegen noch Sachen rum. Muss ich jetzt... Oh, Kiste. Die habe ich fast wieder vergessen, oder? Meins. Ich brauche Geld. Ich habe alles in dieses... Blöde, blöde Schwert gesteckt, was ich mit gar nichts zu trinken. Aha, freil mich. Danke, Dön. So, jetzt kommen sowieso wieder die nächsten Fuzzis, die auch wieder Magie machen. Hä? Wollen wir wetten? Ja, kommt raus. Seid ihr Magier, Tybis? Ja, habe ich es nicht gesagt. Das machen die mit Absicht, die wollen mich ja gar nicht. Hä? Dammit. All this hiding in the shade is really starting to piss me off. It's not like we have a choice. This son is a disciple killer. We aren't all invincible like you, remember? Well, it still pisses me off. Oh, ich habe es mit dem Typen aufgegeben. Was schreibst du da schon wieder, Decadus? Alter. Alter. Ich will den nicht mehr haben. Man will auch nicht den Opa-Typ geben. Stay in the shade to recover your strength. Der Wilder, ich will, wie man abschneidet. So, wo bist du? Oh, Fee. Habe ich nicht irgendwie was? Ich habe nichts Gutes. Ich habe einfach nichts Gutes. Mit den Chakram-Dingern komme ich noch nicht gut zurecht. Speer ist noch langsamer. Die Dings sind auf Level 1. Ich habe das hier auch echt aufgelevelt. Ich hatte 50.000 oder so und habe das komplett aufgelevelt. Und dann, ja toll. So toll ist das Schwert gar nicht, weil das viel lahmarschiger ist. Oh, ich hasse den am Arsch. Hier gibt es Schwert da. Okay, dann wollen wir mal. Lauf sie, lauf. Oh Gott, oh Gott. Stay in the shade to recover your strength. Er spielt mit seinem Pipi-Mann-Leben. So nebenbei. Kommt schon, Pipi. Jetzt reicht es aber mal. Ich bin langsam nicht mehr amused über eure Sonnenanbeter-Sachen hier. Uh, wir sind Möchtegern-Star Wars, Pipi. Wir sind so toll. Am Arsch seid ihr. Kommt rüber da. Sie. Hallo, was soll denn das hier? Hallo. Sonst geht es euch gut oder was? Oh, wir machen hier voll die Super-Ceremonie. Ey, wir sind voll die Super-Hoschis. Ah, ich hasse den Typen. Ja, natürlich. Ich habe mich nur dem Spiel an, wie gesagt. Das ist, ne? Sinn und Zweck. Das ist der Einfluss auf mich oder mein Einfluss auf sie. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wer hier weht. What the fuck ist denn da da? Das ist wirklich ein komischer Typ, hier. Da will ich nicht hin. Ich sammle erst mal Sachen ein. Was ist denn da? Der brennt. Na toll. Brennt das Borschi. Der hat mir noch gefehlt. The flames in town. Häh! Häh! Du Arsch, hast mich angekoppelt. Denken sie, ich stehe da drauf? Ich glaube, das ist nicht so toll, wenn ich die fuckle. Noah! Kibi! Ey, hör auf! Der fuckelt mich an, der Arsch! Aber ich muss ihn ja raushauen. Wo ist der Schrein? Auf vor, ich würde mir gedacht. Aber wir haben uns mit dieser Frau zuerst. Stroh dabei. Es wird stärker. Gut, wir haben ihn verhauen und gehen weiter. Nein, 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 nein. Ein wildgefrorenes Hüh. Ich brauch mal ganz kurz was. Ich sammle mal die Sachen hier ein, Typi. Das ist ja super toll. Hey, weg, Kusch. Ich hör dich. Ach, der Sinn. Okay. So, sorry. Ich komm schon. Häh! Ich stehe nicht so auf an... Ah, nicht verkehrt werden. Ich brauche kein Feuer. Ich rauche nicht. Lass das! Häh! Hartnäckiger Typ. So, Arm ab. Schöner Back. Aus! Schöner Back. Final. The Shrine of Sands. Uh-oh. Mission beendet. Ich wusste es doch. Ja. Da kommt wohl Mrs. Tu bald. Ach. Tupac und ihr Eurocent. Oh-oh. Das kann ja was werden. Naja, schlimmer als Sack, da ist es wenigstens nicht. Silber, Dingsbums und 5000. Das letzte habe ich nicht gefunden, wa? Naja, gut. Aber ich habe davor die ganzen Regionen nochmal gut immer abgesucht. Ich glaube, nur zwei oder so habe ich bislang übersehen. Was ein neuer Rekord ist. Oh, naja. Viel gebracht hat es mir nicht, weil ich bin immer noch pleite wegen dieser Dumm. Was kann ich denn hier Neues kaufen? Oh. 12.000 ist ein bisschen high, gell? Ich wollte erst mal meine... Was machen wir in der Schwerter dann? Das ist die Tolle. Das ist 152. Na gut, das ist 152. Das hatte ich vorher. Das ist nur 122. Aber das ist auch ein M. Warum ist das denn so... Die habe ich jetzt auch noch, aber die sind nicht wirklich stark. Außer das, aber da brauche ich erst mal ein Gold-Dings, um das zu verbessern. Vorher ist das auch nicht besser. Ja, meine Spiere. Da habe ich... Welchen habe ich denn da gerade? Den auf 3. Ja, da fehlt mir noch Knede. Der ist auch nicht so toll. Und der ist, glaube ich, insgesamt schwächer gewesen als der. Deswegen habe ich... Ja, der hat ja auf Stufe 3 weniger als der. Ich mache jetzt halt nicht alle besser, weil das wird nichts bringen. So, da kann ich noch nicht. Und die Chakrams. Kann ich, glaube ich, auch noch nicht den, den ich gerade habe, ne? Ne, da brauche ich jetzt gerade einen Golden. Macht jetzt aber auch nicht so viel Schaden, also... Alles im Eim und ich ziehe mich am Arsch. Kann ich denn was kaufen? Ah, die guten kann ich mir alle noch nicht leisten. Die haben auch kein anderes Schwert, ne? Die Schwerte, die sie haben, sind blöd. Das ist sicher auch nicht besser als das andere. Na, er sieht ja wirklich, was bringen bringt das auch nicht. Ah, ich lasse es jetzt erstmal so, das wird schon schief gehen. Äh, ich muss ja eh wieder mit meinem Drachen dann kämpfen. Beim nächsten Boss. Von daher ist es eigentlich egal. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Drangard 3. Bis dann. Bis dann. So, so.